Ich war auf der Suche nach, also ich hatte die Idee, ich könnte ins Ausland gehen. Und da die Krankenkasse gesagt hat, nee, das macht man nicht, habe ich gedacht, okay, ich mache, ich gucke. Und habe durch Zufall über Facebook eine Werbung gesehen. Das war dann einfach, und das fand ich interessant. Bin dann gleich auf diese Seite gegangen und habe mich informiert und habe relativ schnell auf den Button gedrückt, dass ich da hin will. Und als ich dann hierher gekommen bin, war ich gleich begeistert. Also war sofort überzeugt, dass es eine gute Entscheidung war.